war bei Weltwoche zu Gast und hat dort über sein neues Buch Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen, ein Interview gegeben. Und ich bin sehr gespannt, was er hier zu sagen hat. Ich hatte ihn schon bei Punkt Preradovic zu dem Thema gesehen. Ich habe auch sein Buch gelesen. Also glaube ich, das wird bei Weltwoche relativ ähnlich werden. Er wird gleich auch noch über die aktuelle Situation im Libanon hoffentlich sprechen. Also da eskaliert ja auch gerade sehr viel. Da sind durch israelische Bombardements ja mittlerweile schon rund 1.000 Menschen gestorben in den letzten Wochen. Und Israel startet gerade eine Bodenoffensive. Alles keine guten Entwicklungen. Aber schauen wir mal, was Michael Lüders zu diesen Themen zu sagen hat. Diese Militärkampagnen Israels. Meine Fragestellung war, was sind die Hintergründe dieses Konfliktes? Wie konnte das dermaßen eskalieren? Warum sind eigentlich die Friedenskonferenzen, die vielen, die es gegeben hat, gescheitert? Und wie ist es zu erklären, dass Israel im Grunde genommen eine carte blanche hat, seitens der westlichen Politik, insbesondere seitens der USA und Deutschland, im Grunde genommen zu tun, was immer man zu tun beliebt, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Es ist ja keine Kleinigkeit. Israel hat in den letzten Monaten mindestens oder weit über 40.000 Palästinenser am Gaza-Streifen getötet. Innerhalb von wenigen Tagen mehrere hundert Libanesen. Und das alles wird mehr oder weniger akzeptiert in den westlichen Ländern. Das gilt als Terrorbekämpfung. Aber wie kann das eigentlich sein? Russland würden wir ein solches Vorgehen in der Ukraine nicht durchgehen lassen. Die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, wir messen gerne mit zweierlei Maß, wenn es Israel betrifft. Das hat verschiedene Ursachen und die habe ich zu ergründen versucht. Sie schreiben in der Unterzeile, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Können Sie mir das erklären? Es ist ja so, dass nicht allein in Deutschland die Neigung doch besteht, wie erwähnt, Israel alles Unrecht durchgehen zu lassen mit dem Argument, es handelt sich um Terrorbekämpfung. Und diese Sichtweise ist mir doch etwas... Legitime Selbstverteidigung. Das ist ja dann die Wortwahl, die hierzulande verwendet wird. Das ist zu schlicht. Israel ist 1948 gegründet worden. Im Zuge der Staatswerdung Israels sind mehr als 750.000 Palästinenser vertrieben worden. Mehr als die Hälfte der damaligen Bevölkerung. 15.000 Menschen sind gestorben bei diesen Vertreibungen. 500 Dörfer sind zerstört worden. Das Ziel der damaligen Staatswerdung Israels war es, diesen neuen jüdischen Staat mit einer möglichst geringen Anzahl von Palästinensern zu gründen. Und um dieses Ziel zu erreichen, musste man eben oder entschied man sich dafür, sehr, sehr viele Palästinenser zu vertreiben. Und das ist im Grunde genommen, wenn man so will, die Ursünde der Staatswerdung Israels, die bis heute nicht betrachtet worden ist oder nicht betrachtet worden im Sinne von gelöst worden ist. Es gab den Sechstagekrieg 1967. In dessen Verlauf wurden noch einmal 350.000 Palästinenser vertrieben, gewaltsam vertrieben. Und diese Vertreibungen setzen sich ja im Prinzip bis heute fort. Dieser Krieg, der am 7. Oktober ausgelöst wurde, war ja im Grunde genommen, man möchte fast sagen, für Israel eine Einladung, das zu tun, was man ohnehin schon seit Langem sich überlegt hatte, seitens der Ultrarechten, wie kann man einen möglichst großen Anteil der palästinensischen Bevölkerung loswerden. Es gibt mittlerweile mehr Nichtjuden, Palästinenser als Juden, zwischen Israel und Jordanfluss. Und aus Sicht der Groß-Israel-Apologeten, also derer, die für einen Groß-Israel-Staat eintreten, Groß-Israel bedeutet das gesamte historische Palästina, das gesamte Land zwischen Mittelmeer- und Jordanfluss, aus deren Sicht also geht es nun darum, wie gesagt, Tabula Rasa zu machen. Und wir in Deutschland insbesondere, wir glauben, wir hätten die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem wir dieses Verhalten der israelischen Seite, so wenig es akzeptabel ist, akzeptieren. Wir glauben quasi, die richtigen Lektionen gelernt zu haben, indem wir das nicht nur billigen, sondern zunehmend haben wir auch nach dem 7. Oktober Waffen geliefert im großen Umfang. Und es stellt sich doch die Frage... Die Waffenexporte in Deutschland, die haben sich 2023 verzehnfach. Deutschland ist zweitwichtigster Waffenlieferant nach den USA und mit weitem Abstand vor Italien. Also ohne deutsche Waffen könnte Israel diesen Krieg so nicht führen und auch ohne deutsche Munition nicht. Also Deutschland ist auch ein großer Munitionslieferant. Die Frage, wie dieses große Schweigen der westlichen Politik zu erklären ist, gegenüber diesem Unrecht, das Israel begeht. Auch Israels Unrecht widerfahren am 7. Oktober, keine Frage. Aber das rechtfertigt nicht das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Es ist die am meisten zerstörte Region auf der Welt. Kein Teil der Welt ist innerhalb so kurzer Zeit so umfassend zerstört worden wie der Gazastreifen. 80 Prozent dort sind zerstört. Die Menschen können dort eigentlich nicht mehr existieren. Es gibt kein sauberes Trinkwasser. Es gibt keine Abwasserentsorgung. Es ist ein Desaster. Aber wir lassen es geschehen. Und wir finden es irgendwie auch in Ordnung, weil offiziell verteidigt sich Israel, bekämpft den Terror. Sehen Sie sich... Kitzrische Frage. Sehen Sie sich als eine Art Pflichtverteidiger der Palästinenser? Sie haben das Wort selbst gesagt, als Apologeten der Gegenseite Israel, als Apologeten der Palästinenser. Nein, es geht mir nicht um Apologetik, sondern es geht mir auch in dem Buch darum, der palästinensischen Seite insoweit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als sie der große historische Verlierer ist im Konflikt mit Israel, im Konflikt mit der jüdischen Inbesitznahme Palästinas, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Und es ist ein anhaltendes Unrecht, das sich über mehrere Generationen erstreckt, das wir im Westen aber weitgehend verdrängt haben. In der arabisch-islamischen Welt, im globalen Süden ist dieses Bewusstsein sehr weit vertreten, dass die israelische Seite großes Unrecht begangen hat. Wir aber verdrängen das. Es kann aber keine gedeihliche Zukunft geben zwischen Israel und den Palästinensern, ohne dass es die Perspektive gibt auf einen palästinensischen Staat. Und den gibt es nicht. Die Perspektive gibt es auch nicht. Also wie soll es einen palästinensischen Staat geben? Also Michael Lüders hat das ja in seinem Buch alles wunderbar erklärt. Das Westjordanland ist durchzogen von israelischen Siedlungen. Also man kann von der einen Ecke nicht mehr einfach in die andere fahren. Also jetzt abgesehen von den ganzen Checkpoints, die das israelische Militär da aufgebaut hat, ist das Westjordanland wirklich komplett durchzogen von israelischen Siedlungen. Also gerade um Jerusalem ist ein riesiger Siedlungsring entstanden. Weil das Westjordanland einmal durchschneidet. Also es gibt kein zusammenhängendes Territorium, auf dem ein palästinensischer Staat entstehen könnte. Gaza ist unbewohnbar gemacht. Also es bräuchte wahrscheinlich hunderte Milliarden, um das wieder aufzubauen. Also nachdem dieser Krieg jetzt erstmal endet, also da ist ja auch kein Ende in Sicht. 40.000 Tote scheinen Israel ja lange noch nicht genug zu sein. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, ohne Territorium, ohne Staatsgebiet kann es keinen palästinensischen Staat geben. Damit ist dieser palästinensische Staat jetzt auch wahrscheinlich vom Tisch. Die ultrarechten israelischen Regierung, man könne das Palästina-Problem ein für alle Mal lösen durch Gewalt. Und alle Widersacher der israelischen Politik, vertreten vor allem durch die Hezbollah, die Partei Gottes im Libanon, die eng mit dem Iran bekanntlicherweise zusammenarbeitet. Wenn man die ein für alle Mal ins Markt getroffen hat, dann gäbe es keinen Widerstand mehr gegen das Projekt Groß Israel und dann könne man dieses Projekt abschliessend verwirklichen. Das kann aber nicht funktionieren, weil der Widerstand in der Region ist dagegen zu gross. Sie sagen, der Westen, also wir müssen unsere Einstellung gegenüber Israel ändern. Nun sieht Deutschland die Sicherheit Israels als Staatsräson. Dieses Wort wird immer wieder genannt. Was bedeutet das konkret, müsste überspitzt formuliert, müsste irgendwann die Bundeswehr einrücken gegen die Hamas, die Hezbollah? Wie verstehen Sie diese Staatsräson? Was bedeutet das konkret? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die man am besten der deutschen Regierung stellen sollte, weil das ist nicht ganz genau geklärt. Was bedeutet Staatsräson? Dieser Begriff ist sehr wischiwaschi, aber er hat eine grosse Wirkmacht, obwohl er weder juristisch noch politisch in irgendeiner Weise zu konkretisieren ist. Und die Schwierigkeit ist, dass man sich damit in eine moralische Haltung begeben hat gegenüber Israel. Angela Merkel war diejenige, die diesen Begriff der Staatsräson eingeführt hat, 2008 bei einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Und Helmut Schmidt kritisierte damals diese Rede nach dem Motto, das sei zwar emotional nachvollziehbar, was er da gesagt habe, aber was bedeutet das konkret? Bedeutet das, wenn Israel Krieg führt gegen den Iran, dass dann deutsche Soldaten auf der Seite Israels kämpfen? Das sei eine sehr unkluge, unbedachte Formulierung gewesen und der Begriff der Staatsräson geht ja darüber hinaus. Man glaubt, Israel in jedem Punkt beistehen zu müssen. Die Frage ist ja nur, welches Israel ist gemeint? Reden wir von dem Israel in den Grenzen des 4. Juni 1967 vor dem Sechstagerkrieg oder reden wir von jenem Israel, das danach entstand, nach der Inbesitznahme und der Kolonialisierung des Westjordanlandes, das Gaza? Ja, also wir reden eindeutig von dem Israel, was wir gerade sehen. Also alles, was die rechtsradikale israelische Regierung da gerade macht, alles, was Israel seit 1967 gemacht hat, das fällt ja offensichtlich noch unter deutsche Staatsräson, sonst hätte Angela Merkel diese Rede, die hat sie in den 2000ern gehalten, sonst hätte sie das ja nicht mehr gesagt. Also da war das Westjordanland ja schon 40 Jahre unter israelischer Besatzung. Und ja, das gilt dann wahrscheinlich auch für zukünftige israelische Eroberungszüge, beispielsweise im Libanon. Und die deutsche Haltung, nämlich zu glauben, man habe die richtige Leistung. Lektion aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem man Israel alles durchgehen lässt, noch das größte Völkerrechtsverbrechen. Das ist eine ungute Haltung, weil sie delegitimiert Deutschland in der Welt und es stellt sich die Frage, will man eigentlich seitens des Moralweltmeisters Deutschland, das sind wir ja, wir sind ja die Guten und wir wollen die Welt davon überzeugen, dass die Deutschen nun wirklich die richtigen Lektionen gelernt hätten aus der Geschichte. Aber ich kann doch angesichts dessen, was im Gazastreifen passiert, was mehr und mehr Staaten dieser Welt als Genozid bezeichnen. Es gibt ja auch eine entsprechende Klage Südafrikas gegenüber Israel in dieser Frage. Angesichts dessen kann ich doch nicht einfach die Augen verschliessen und sagen, dass dieser rechtsextreme Benjamin Netanyahu, die israelische Premier, nun in gewisser Weise diejenige Person, diejenige politische Kraft sei, die Deutschland aufgrund seiner jüngeren Geschichte zu unterstützen hätte. Ich bin der Meinung, Deutschland sollte auf Seiten derer stehen, die in Israel und in Palästina, auf palästinensischer Seite, für den Frieden einstehen, aber nicht für ein großes Israel. Dieser Tage jährt sich der Angriff, das Massag... Ja, aber Israel hat ja seine Grenzen aus guten Gründen nicht definiert. Also damit man diese Grenzen beliebig ausweiten kann. Israel hat keine Verfassung, da Israel dann sagen müsste, in welchem Gebiet diese Verfassung gelten soll. Also ein grosses Israel, das ist ganz fest in diesem Staatsprojekt verankert, dass dieser Staat immer weiter wachsen, sich immer weitere Gebiete unterteilen machen will. Akreter Terrorangriff auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober. Wie ist die Lage jetzt hinaus? Wie beurteilen Sie dieses Chaos, das so unübersichtlich scheint? Die israelische Armee und die israelische Führung haben sich schon recht bald nach dem 7. Oktober dafür entschieden, nicht allein die Hamas in Gazastreifen zu bekämpfen und darüber hinaus Lebensgrundlagen der Palästinenser so weit zu zerstören, dass am Ende wahrscheinlich nur ein Exodus der Palästinenser im Gazastreifen noch bleibt. Und auch im Westjordanland geht ja die israelische Armee immer brutaler vor gegen die Palästinenser, Siedler vertreiben Palästinenser und so weiter. Also das bleibt hier sehr unruhig. Die israelische Führung jedenfalls ist der Meinung, sie könnte jetzt die Gunst der Stunde nutzen, auch im Libanon ihren Widersacher Hezbollah zu zerstören, jedenfalls in großen Teilen. Das ist eine sehr unrealistische Annahme. Auch die Hamas ist nach einem Jahr nicht besiegt. Sie kämpft weiter. Es entwickelt sich zunehmend eine Guerilla-Armee aus der Hamas. Und die Hamas ist ja im Vergleich sehr viel schwächer als die Hezbollah. Der einzige Grund, warum die Hezbollah jetzt nicht ihr umfangreiches Raketenarsenal in Richtung Israel abfeuert, ist ja, dass sie, die Hezbollah, wie auch der Mentor Iran genau wissen, dass die Israelis nur darauf warten, dass auch nur eine Rakete, der Hezbollah, irgendein Hochhaus in Tel Aviv trifft. Dann hat die israelische Regierung den Vorwand, um einen Krieg zu führen, auch gegen den Iran. Natürlich wissen die Israelis, weiß die israelische Führung, den können sie nicht alleine führen. Dafür braucht sie Unterstützung der USA. Und deswegen ist es das Ziel der Regierung Netanyahu, die Region so weit in Brand zu setzen, dass die Amerikaner idealerweise sich auf die Seite Israels stellen und mit dem Iran das letzte Land in der Region zerstören, das den israelischen Hegemonieansprüchen noch im Wege steht. Den Irak unter Saddam Hussein gibt es nicht mehr. Syrien spielt geopolitisch keine Rolle mehr. Man hat hier gewissermaßen in der Vergangenheit ganze Arbeit geleistet im Jungtim, USA und Israel und andere Akteure vor Ort. Also die Haltung, Netanyahu ist klar, er weiß natürlich auch in dem Moment, wo er den Krieg beendet, ist er als Premierminister nicht mehr gefragt. Es würde dann Neuwahlen geben, möglicherweise wird er abgewählt, dann landet er vor Gericht, aufgrund seiner vielen Vergehen, nicht zuletzt der Korruptionsvorwürfe. Also aus seiner Sicht, je länger der Krieg andauert, umso besser ist es für ihn, umso besser ist es für die Groß-Israel-Ideologen. Naja, ins Ausland fliehen wird jetzt auch schwierig, wenn er denn ein gesuchter Kriegsverbrecher ist. Ich meine dieses Verfahren, was zur Erteilung eines Strafbefehls vor dem Internationalen Gerichtshof führen wird, das wurde eingeleitet. Also Netanyahu bleibt an der Macht, solange dieser Krieg fortgesetzt wird. Deswegen hat er ein Interesse an der Verewigung dieses Krieges und deswegen führt er auch diesen neuen Krieg im Libanon. Die ganze Siedlerbewegung für die messianischen Groß-Israel-Verfechter, die also glauben, sie hätten einen biblisch begründeten Anspruch auf das gesamte Erez Israel, auf das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss, also sprich auf das gesamte Palästina. Sie haben da die USA angesprochen, Iran, der da mit reingezogen werden könnte, die Eskalationsgefahr. Für wie akut, für wie bedrohlich, für wie gefährlich halten Sie die aktuelle Lage? Die ist sehr gefährlich. Es gibt ja Bemühungen seitens der Vereinten Nationen, jetzt in diesen Tagen diesen Konflikt zu deeskalieren, einen Waffenstillstand für 21 Tage zu gestalten, damit es Verhandlungen geben könne. Die israelische Regierung hat diese Verhandlungen abgelehnt, genauso wie sie auch die Verhandlungen um die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen sämtlich unterlaufen und unterminiert hat. Das kann man nachlesen, unter anderem bei israelischen Zeitungen wie Haaretz. Das ist dort alles. Ja, also das hatte Haaretz tatsächlich letztens erst einen Bericht drüber, wie Netanyahu ein Geiselabkommen sabotiert hat. Also die Hamas hat mehrfach angeboten, alle Geiseln freizulassen, wegen einem dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung der palästinensischen Geiseln, die sich in israelischer Haft befinden. Also im Westjordanland, da nimmt Israel immer wieder Palästinenser als Geiseln, die es dann in irgendwelche Foltergefängnisse sperrt. Also das ist tatsächlich ein Standardvorgehen der israelischen Armee, um halt ein Druckmittel gegenüber der Hamas zu haben auch. Das ist dokumentiert. Es muss man ganz klar sagen, dass aus Sicht der israelischen Regierung spielen die Geiseln im Gazastreifen längst keine Rolle mehr. Die sind eingepreist als Opfer für die Großisraelansprüche der israelischen Regierung. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo der Krieg mit der Hezbollah nicht endet oder sich intensiviert, irgendwann, die Hezbollah muss ja irgendwann reagieren, zurückschießen, sonst macht sie sich unlaubwürdig. Und wie gesagt, ein Treffer auf ein Hochhaus in Tel Aviv, das wäre dann die Steilvorlage, die Israel braucht, um massiv gegen den Libanon vorzugehen, gegen die Hezbollah vorzugehen, noch viel massiver als jetzt. Und dann wäre der Iran ruckzuck involviert. Es reicht ja, dass die israelische Seite eine Rakete in Richtung Teheran abschickt oder die Hauptstadt bombardiert. Also kurzum, es ist eine brandgefährliche Situation und ich glaube, dass die meisten Menschen bei uns, politische Entscheider, aber auch Medienschaffende, von der breiten Öffentlichkeit ganz abgesehen, sich einfach keine Vorstellung machen, was dann droht. Wenn der Iran angegriffen wird, wenn der Iran in diesen Krieg hineingezogen wird, dann explodiert der Nahen Osten. Und das ist wörtlich zu verstehen. Das hätte gravierende Folgen. Also erstens wäre es eine Katastrophe für die Menschen vor Ort sowieso. Es würde eine neue Fluchtbewegung auslösen in Richtung Europa. Aber die Energieversorgung würde in weiten Teilen zusammenbrechen, beziehungsweise die Energiepreise würden explodieren. Denn es ist ja klar, dass dann die Versorgungssicherheit durch die Schiffe, die Öl und Gas transportieren, nicht mehr gewährleistet ist, wenn dort die Raketen fliegen. Das wäre besonders für Deutschland dramatisch, denn die Deutschen haben ja, wir sind Moralweltmeister, also nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland auf Eis gelegt. Natürlich wollen wir offiziell kein russisches Gas und Öl. De facto bekommen wir es durch die Hintertür, durch Aserbaidschan, durch Kasachstan und die Türkei doch, aber zum drei- bis fünffach höheren Preis. Ja, und wenn nun also diese Ressource Erdöl, Erdgas knapper wird, durch einen möglichen Krieg im Nahen Osten, gehen die Preise durch die Decke. Die Amerikaner werden dann sofort ihre Fracking-Gasexporte in Richtung Europa reduzieren. Und Deutschland ist dann in einer ganz prekären Lage, andere europäische Staaten, zum Beispiel Spanien oder Italien, beziehen Erdgas aus Algerien oder Libyen. Die Deutschen aber haben keine Versorgungssicherheit. Die Preise würden weiter explodieren, die Energiepreise. Und wenn man sich den Zustand der deutschen Wirtschaft anschaut, dann weiß man, dass die, sagen wir mal, die Ursünde der deutschen Regierung es war, diese wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland und damit die Energiesicherheit zu kappen, ohne eine bezahlbare Alternative zu haben. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Und wenn jetzt der Nahen Osten noch explodiert, ich würde mal sagen, dann ist die deutsche Wirtschaft in einer ganz, ganz prekären Lage. Wieso sollt ihr das? Was ist das Motiv? Naja, das ist ja jetzt schon die energieintensive Industrie wandert ja ab. Langsam, aber sicher. Die Produktion befindet sich 15 Prozent im Minus. Die Wettbewerbsfähigkeit, die ist auf Jahre hinweg zerstört. Also die Strompreise, die sind in der EU mittlerweile, also in der gesamten EU durchschnittlich, also in Deutschland sieht es ja noch mal besonders schlecht aus, deutlich höher als in China und in den USA. Das Gleiche gilt für die Gaspreise. Also die EU, die ist international nicht mehr wettbewerbsfähig. Von Israel da quasi Nahost in einen absoluten Flächenbrand zu versetzen, das wäre ja quasi Selbstmord. Warum würde man das tun wollen, dass da der Iran noch mit einfunkt, die USA kommen, die ganze Welt quasi in Mitleidenschaft gezogen wird? Warum? Aus ideologischen Gründen. Wenn ich Gross-Israel-Ideologe bin, dann sage ich mir, okay, Haaretz-Shelanu, das gesamte Gross-Israel-Palästina gehört mir, die Palästinenser müssen weg. Ich habe jetzt die Chance, all meine Widersacher aus der Welt zu schaffen. Lass den Nahen Osten doch brennen. Es ist mir egal, meine Grenzen sind sicher, so die Selbstwahrnehmung. Das Problem ist nur, wenn es denn so kommen sollte, wird Israel ein Sparta sein, isoliert in der Welt, mit Ausnahme vielleicht einer sehr intensiven Unterstützung weiterhin durch die USA und Deutschland. Netanyahu gebärdet sich zunehmend wie ein Nero, der im Begriff steht, die Region in Brand zu setzen. Aber es ist ihm im Zweifel egal, denn er ist ein Ideologe. Wenn ich Gross-Israel-Ideologe bin, dann bin ich überzeugt, erstens, die Palästinenser müssen weg. Also entweder ich vertreibe sie oder ich töte sie. Oder ich kujoniere sie, wie in der Vergangenheit, über Jahrzehnte hinweg. Und zweitens, alle meine Widersacher müssen zerstört werden. Und wenn dann die gesamte Region in die Luft fliegt, mir ist es egal, dann habe ich im Rahmen dieses Chaos auch die Möglichkeit, die Palästinenser abzuschieben. Selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Das muss nicht eins zu eins so kommen, aber in diese Richtung wird es gehen. Und das ist eine brandgefährliche Situation. Und als liberaler, als gemäßigter Israeli, als gemäßigter, liberaler Jude in der Diaspora, kann man eigentlich nur verzweifeln. Ja, das machen auch viele liberale Israelis. Die haben das Land nämlich schon verlassen. Also Israel erlebt gerade eine Auswanderungswelle. Weil viele Israelis diese Kriegspolitik eben nicht unterstützen. Das ist eine Minderheit, aber das schadet letztlich auch Israel. ... des Zustands des Staates Israel. Und es sind ja auch liberale Juden, die diese Politik angreifen und kritisieren. Die Opfer der Groß-Israel-Politik sind gegenwärtig die Palästinenser und die Araber. Aber im nächsten Schritt, wenn sich die Lage irgendwann mal wieder beruhigen sollte, wenn überhaupt, dann werden liberale Israelis ins Visier geraten. Jüdische Israelis, weil sie als Landesverräter gelten, die mit dem Feind kooperieren oder die eben nicht eingenordet sind genug, um eben der Siedlerbewegung die Ehre zu erweisen oder eben dieser Groß-Israel-Ideologie nicht zu frönen, die letztendlich Israel zerstören wird. Wenn man sich die Frage stellt, ob Israel in 30 Jahren noch existiert, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Nicht, weil irgendein Land Israel wird zerstören können. Das ist ausgeschlossen. Aber die inneren Widersprüche der israelischen Gesellschaft, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen ist, kommen kann in Israel. Die Überlegung, dass Israel ein Paria-Staat werden wird, der nur noch an der Leiflung ist. Ja, die Frage ist, zwischen wie soll es da zu einem Bürgerkrieg kommen? Also die liberalen Israelis machen es ja gerade schon zum Teil. Die werden eher auswandern, als da wirklich Widerstand zu leisten. Also, dass Israel ein wesentlich autoritärer Staat wird, als das es ohnehin schon ist. Das mag sein. Aber die Prognose verstehe ich tatsächlich jetzt nicht so ganz. Da würde ich Michael Lüders gerne fragen, wie er so einen Bürgerkrieg kommen sieht. Ja, das ist doch keine Perspektive für eine gedeihliche Zukunft, eines Staates, einer Gesellschaft. Die Liberalen, die gemäßigten Israelis, werden auswandern, und zwar in großer Zahl. Das tun sie schon seit Jahren. Und wenn man am Ende nur noch Rechtsextremisten hat, jetzt überspitzt gesagt, die diese Gesellschaft, die israelische Prägen, ja, dann ist man irgendwann allein auf der Welt. Ja, dann hat man halt einen sehr autoritären Staat. Israel hat, wie gesagt, die Unterstützung der USA. Israel hat Atomwaffen. Michael Lüders hat es auch gerade gesagt. Es gibt keinen Staat, der Israel irgendwie zerstören könnte. Also, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt. Wir hören mal die nächste Frage. Vielleicht hakt der Weltwochereporter an der Stelle noch mal nach. Also, ich weiß nicht, woher dieser Bürgerkrieg kommen soll. Ich meine, Israel kann dann ja einfach ein ziemlich autokratisch organisiertes, sehr nationalistisches Staatswesen werden, wo halt oppositionelle Stimmen nach und nach niedergemacht werden. Das gibt es ja auf der Welt. Das wäre ja nichts Neues. Also, es gab es in der Vergangenheit in vielen Ländern ja auch schon. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Pager-Attacke, wo du auch bei der Hiesbauer... Achso, schade, 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 schade. Das hätte mich jetzt echt interessiert. Welche internen Widersprüche Michael Lüders sieht, wie die in der israelischen Gesellschaft bestehen. Aber jetzt geht es um den Libanon-Krieg. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ist auch ein wichtiges Thema. Wir werden vielleicht gleich auch noch darauf reagieren. Aber wir machen jetzt erstmal eine Pause.